Ich bin die Tamara. Ich bin die Co-Rösterin im Café Campus Krems, beziehungsweise von der Marke Deluxe Café. Wir haben gehört, dass Wombards eine kleine Rösterei sucht, die auf Qualität Acht legt und jetzt sind wir froh, dass wir Partner sind. Der Wombards Roast ist eher was mittelkräftig, schön schokoladig, nussiges, mit einem leichten, robusten Anteil. Mein Name ist Markus Paschinger, ich bin der Co-Owner der Wombards City Hostels und wir haben hier ein Herzensprojekt umgesetzt, das Wombards Café, wo wir alles wofür Wombards steht umsetzen konnten. Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden als der besten Qualität. Bei uns mit weniger zufrieden als der Wombards Klack ist es etwas waltz. Ich bin die Kasein, die in den Beziehungen von der Wombards accessible